Hi und herzlich willkommen zu unserem DropFilm Talk, unserem heutigen Review von Gretel & Hansel. Hansel & Gretel ist ja das altbekannte Märchen der Gebrüder Grimm, was schon in vielen verschiedenen Varianten, sei es in Geschichten, sei es in Serien, sei es in Filmen, aufgetaucht ist und immer mal wieder abgeändert wurde. Ich meine zum Beispiel gab es filmtechnisch die Erinnerung an Hansel & Gretel Monster Hunters oder die Witch Hunters, genau war es. Und das ist ja schon eine ältere Variante mit Jessica Biel und Jeremy Renner, die auf jeden Fall sehr interessant war und mal einen ganz anderen Blickwinkel auf diese ganze Sache gegeben hat und es war auch sehr lustig und hat definitiv sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte aber auf diesen Film in Gretel & Hansel hinweisen und zwar von Osgood Perkins. Os Perkins ist ein Director, ein Regisseur, der schon immer sehr viele weiblich zentrierte Sachen geschaffen hat, zum Beispiel im Jahre 2016, I'm the pretty thing that lives in the house, was natürlich nicht wirklich richtig Horror war, aber es hatte so ein Unwohlsein, hat es immer schon drin gehabt und das macht der Regisseur echt gut, auch dann mit dem nachfolgenden Stück 2017, Black Coat Store, was auch natürlich mehr bloody war, aber da hat er zum Beispiel sehr cool damit gespielt, wie er die Zeitschienen durcheinander gebracht hat und da war die Hauptszenerie in einem isolierten Internat für Mädchen und da ging es natürlich viel um Verlassenwerden und Trauerbewältigung. Das ist wirklich sehr interessante Aspekte, die der Regisseur da rein packt und das macht den Film auch in dieser Weise Gretel & Hansel sehr besonders, weil er hat hier auch den Namensswitch gemacht, weil der Fokus natürlich auf Gretel liegt und auch man, wie wir aus der Story kennen, wird ja Hansel gefüttert, gefüttert und Gretel muss ihn retten und hier trifft es natürlich noch mehr zu, dass Gretel ihren Bruder sozusagen in gewisser Art und Weise rettet und das finde ich auch verdient, dass der Name da nach vorne geschoben wird, weil die Story wirklich eher Gretel in den Mittelpunkt packt und das ist wirklich sehr gut gelungen, vor allen Dingen die neuen Story-Aspekte, die da reingekommen sind, wenn wir das vergleichen mit der Original-Story, der an dieser Stelle schon mal nochmal Spoiler-Alert gesagt, Gretel hat in dieser Variante auf jeden Fall auch gewisse Kräfte, die sie selbst erst entdecken muss, es ist erst eine ganze Art und Weise, eine Reise, wie das passieren kann, wir haben eine Story auch, wo die Backstory der Hexe so ein bisschen erklärt wird oder beziehungsweise schon fast vollends erklärt wird, also man muss auf jeden Fall gut aufpassen, weil sonst kommt man da kommt man da wirklich durcheinander und versteht vielleicht einige Aspekte nicht und der Film geht nur anderthalb Stunden, ist aber wirklich wunderschön dargestellt. Die visuellen Effekte, die Cinematografie, die genutzt wird, die Sachen, die gegeben werden, sind einfach genial gemacht, zum Beispiel gibt es immer öfter mal so eine Szene mit dem Haus, weil das ist so ein dreieckiges Haus und dieses Dreiecksymbol kommt auch öfter vor und da haben wir dann natürlich so ein vom Wald umgeben an der Seite und dann ist oben der Mond in verschiedenen Phasen und es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel mit auch einem Hexenhorror, könnte man sagen, The Witch, der definitiv storytechnisch sehr, sehr, sehr gut war und bildlich auch schon sehr genial war, aber ich finde, Gretel und Hansel macht nochmal, setzt nochmal einen drauf, was das, was die, was dieses Feeling angeht, was Bild und aber auch Ton in dieser Art und Weise super rübergebracht wird und das macht den Film wirklich sehr besonders und sehenswert das einzige Problem meinerseits ist halt die Story ist ein bisschen ein bisschen underwhelming, könnte ich sagen, also da fehlt mir irgendwie so ein gewisses etwas und es war natürlich auch, wenn man jetzt wieder sagt, was ich ja vorne am Anfang schon erwähnt habe dass der Regisseur allgemein nicht so sehr auf diese Horror oder so tief in diese Horrorwelt eintaucht haben wir hier vielleicht das ähnliche Problem für diese Horrorfans, die so richtig auf Spuk stehen das findet hier nicht so richtig statt ich finde, es ist auch eher so ein unterschwelliger, so ein Unwohlsein und das ist wirklich sehr gut ausgearbeitet, finde ich, in dem Film und da muss man sich darauf einlassen und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass ihr da draußen euch darauf einlasst euch diesen Film anzusehen weil das Aussehen und die neuen Story-Elemente, die da vorkommen und das, was mit der Hexe passiert und was auch mit Gretel passiert es ist halt so ein bisschen, könnte man fast sagen, so eine Art Star-Wars-Anakin-Palpatine-Storyline die wirklich ganz cool gelungen ist und natürlich gibt es verschiedene Aspekte es gibt ein bisschen, wo Magic Mushrooms genommen werden und auf einen Trip geht und da sind draußen Theorien, die sagen hey, das Ganze ist halt nur alles ein bad Trip sozusagen und andere sagen natürlich wieder anderes und das ist wirklich cool gelungen und auch wie mit dieser Message umgegangen wird dass alles, was ich meine, wenn man was Gutes hat da gibt es oftmals oder ist in der Regel immer ein Haken dran aber wenn man das so realisiert im Sinne von, hier nochmal Spoiler Alert der Hexe, die quasi ihre Tochter aufgeben muss oder beziehungsweise zu einer anderen Hexe schicken muss um da, sag ich mal, wieder gesund zu machen weil sie eine schwere Krankheit hat und das führt dann natürlich zu dem dass sie nachher ein Outcast ist und dass sie, ihre Tochter evil ist sozusagen und all solche Dinge und das ist halt, man muss immer irgendwas abwägen entweder ist das eine oder das andere und auch die subtilen, in diesem Falle finde ich feministischen Ansätze sind wirklich sehr gut gelungen und ich finde, all in all ist es echt ein guter Film der definitiv seine anderthalb Stunden wert sind also Leute, nehmt euch die Zeit guckt euch diesen Film an es wird sich definitiv lohnen meine Wertung des Films ist daher 7 von 10 Punkten und ich hoffe, ihr guckt euch diesen Film an und schreibt mir dann, wie ihr ihn fandet auch die Horrorfans unter euch weil da gibt es ja eine Menge lasst es mich wissen ich bin sehr gespannt und bis zum nächsten Mal